Hallo Jasmin, willkommen bei der Hansepferd. Möchtest du mit mir gehen? Oh ja. Die Hansepferd Hamburg ist Nordeuropas größte Ausstellung für den Pferdesport. Und hier gibt es jetzt alles für Pferde? Hier gibt es praktisch alles für den Reitsport und für die Pferdehaltung. Mensch, hier gibt es ja wirklich alles. Ja, hier gibt es wirklich alles. Hier sind 450 Aussteller aus 15 verschiedenen Ländern. Boah. Wie oft ist denn das hier? Die Hansepferd Hamburg, die findet alle zwei Jahre im Frühling statt. Das sind ja eine Million verschiedene. Ja, hier auf der Messe findest du alles. Und das Tolle ist, dass du alles vergleichen kannst. Oh, Kutschen. Und wir haben nicht nur Kutschen, sondern wir haben hier auch 300 Pferde aus über 40 Rassen. Und hier sieht man denn die vielen Pferde, was? Nicht nur das. Hier sieht man die verschiedenen Ausbildungsmethoden und die Reitweisen. Guck, hier sind die Pferdeanhänger. Und was ist das? In unseren Foren, da geben die Experten Tipps zur Pferdehaltung und zur Gesundheit. In dieser Halle dreht sich alles um die Gesundheit des Pferdes. Und jetzt kommt das Highlight. Jeden Abend kommt eine Galashow mit den Highlights aus der Pferdewelt. Die Pferde, die sie in der Pferde sind. Untertitelung des ZDF, 2020